Hallo zu Let's Play Serious Sam. Heute haben wir zwei Schwierigkeiten. Erstens, ich muss gegen die Zeit ankämpfen, was 50 Minuten sind. Noch nicht, weil ich mir ganz 50 Minuten. Und gegen meine Blase wahrscheinlich. Boah, ich gucke wieder in den Himmel. Let's gooo! Gleich. Ich glaube, mein PC würde mich einfach nur trollen. Meine CPU-Geschwindigkeit ist niedrig. Umbenennen. Na. Na! GPU-Speicher ist ultra hoch. Und wieder anpassen. Es tut mir leid. Ich glaube, ich sollte es in die gegengesetzte Richtung machen, weil es so öfter... ...so niedriger ich es mache. Umso schlechter werden meine FPS. Ja. Hässlich. Oh, ich hätte euch nicht anschießen sollen, glaube ich. Oh, jetzt noch mit Lex. Gleich muss ich kurz mal was umstellen. Scheiße. Mist. Buhrensöhne. Ah, ich glaube, Schrofflitz ist da besser. Hässliches Gesicht, muss man aber schon mal sagen. Okay. Okay. Bitte, also ich glaube, ich muss das nach oben drehen, dass er sozusagen denkt, ja, ich habe hier voll Chris Leistung und so. Oder anpassen. Ah, okay. Wir sind gleich wieder, nachdem ich ein paar Anpassungen vorgenommen habe. Gut, jetzt läuft es aber. Scheiße. Wow. Deine Mutter. Du auch. Oh, komm her. Schlampe. Das ist super. Scheiße. Wartet kurz, wartet kurz. Meine Festplatte spart kurz ab, wartet. Okay. Muss, hab kurz, hoffentlich hat das jetzt die Festplatte beruhigt. Weil manchmal ist die Festplatte halt schwul und sagt, ich kann flüssig spielen, aber ihr nicht flüssig gucken. Was ein Problem ist. Und das ist immer noch das Zeitproblem. Deswegen, los. Los. Nein. Ich kann jetzt nicht gegen jeden Einzelnen von euch kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Übertreibspiel. 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 Ich bin da bald. Oh. Oh. Die Feinde werden stärker. Sie sterben nicht mehr so schnell durch meinen Schrot. Oh. Was? Jetzt könnt ihr noch schießen. Oh. Wie schlecht. Wie schlecht ich doch bin. Igitt. Ich hasse mich selber. Ich sollte, glaube ich, erst mal mich um diese verkackten Viecher kümmern. Oh. 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 Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ah. Drei Gesundheit. Was? Ich hänge. Oh. Hä? Jetzt. Habe ich jetzt hier bloß so einen scheiß Kürbis, den ich dich vereinsammeln kann? Leck mich. Wie die immer rumschreit. Ich bin jetzt. Der gefährlichste Töten erst mal. Oh. 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 Ah, stirb! Stirb! Was? Sind die jetzt so viel stärker geworden? Oh Gott! Ich wusste, dass die nervig werden, aber so nervig! Headshot! Headshot, Headshot! Frisse, Frisse, Frisse! Frisse, Frisse, Frisse! Mann, eins! Ich krieg's auch nicht mal hin! Jetzt hab ich's aufgenommen! Merkwürdig! Joa! Okay, dieses Ding ist anscheinend stärker geworden. Alter, jetzt spawnen die hier immer wieder neue Feinde, oder was? Mann! So bleib, wenn ihr vielleicht manchmal weniger FPS bekommt, das... Ich kann nicht die ganze Zeit um auf die FPS anzurechnen. Oh mein Gott! Wie viel... Mit wie viel er aufnimmt! Ich weiß bloß, wer jetzt flüssig spielen kann. Ah! Hi! 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 Drei Raketen! Oder so ein Arsch! Sturmgewehr! Oh Gott, hinter mir! Ich kann's aber auch irgendwie nicht lassen mit den Automatik geschützen, oder? Ich kann's aber auch nicht sagen, dass ich nach Hause bin, wie ein Stück von Dynamiken. Kann es jetzt sein, dass es in Kisten was gibt? Oder einfach nur... Na, ich glaube, sie gehören zur verstörbaren Umgebung. Dann gibt es jetzt vielleicht ein Secret, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul jetzt, dahin zu laufen. Endfight oder sehr, sehr... Ja! Double Burrow! BAM! Das ist genau wie Doom jetzt! Geil! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Robby, geht jetzt auf die Schnelle tot! Ha 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 ha! Ah, diese Waffe! Ah! Nimmt sie was von der Schrotfl... Hoooo! Fuck you! Fuck you! Hä? Okay, was soll's, wenn ich keinen Nahkampf machen kann? Warte. Ja, okay, jetzt habe ich zwei Schrotflünden. Ne. Hä, was? Oh, poor baby! Did someone step on your anthill? Wuuu! Wuuu! 200 Rüstung! Was? Ha 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 ha! Schönheit! Ah, ich brauche bloß vier Raketen hiervon. Ah, C4 will ich nicht verbrauchen. 1, 2, 3, 4! Halleluja! Oh! Oh, du liebst noch! Aber Double Barrel, älter! Hammer! 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 Ha 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 ha! Ha 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 ha! Halleluja! Oh! Wow! Erschreck mich nicht. Ah, du hast mich gar nicht erschreckt. Wow, du schon! Okay, sie halten doch ein bisschen aus. Oh, okay. Okay. Ich hab' ich ja irgendwie übersehen. Oh! Das waren Reflexe. Ich verstehe gerade, Sturmgewehr-Munition voll oder sowas in der Art. Langsam hat er spiel immer mehr Spaß! Bis zum nächsten Mal.